Ist es heute noch zeitgemäß, Priester zu sein? Also für einen jungen Menschen? Ich denke, solange es die Kirche gibt und solange die Welt noch steht, ist es immer zeitgemäß. Denn das Priestertum sozusagen ist der Dienst zu Gott in der Kirche, in jedem Leben. Das heißt, wir sind sozusagen beteiligt, also wir als Diener, als Helfer Gottes, die Kirche Gottes sozusagen, wie einen Garten zu pflegen. Das heißt, unsere Aufgabe ist nur, in diesem Prozess der Rettung der Menschen einen Teil zu haben. Und deshalb ist es für den Priester auch natürlich eine große Freude, wenn er sieht, wie Gott in der Kirche durch die Priesterschaft auch wirkt. Und man fühlt die Anwesenheit Gottes in der Kirche. Und wenn man sich seinen Beruf auswählt, kann man auf die Webseite des Arbeitsamts gehen und dann gibt es das Berufsinformationszentrum. Dort kann man unter anderem bei jedem Beruf sehen, wie gefragt dieser Beruf ist. Denn es macht ja wenig Sinn, einen Beruf zu erlernen, der wenig gefragt ist. Sind Priester heute gefragt in Deutschland? Ja, also zu meiner Zeit, wo ich als Ministrant oder als Altardiener in unserer Gemeinde in Ingolstadt war, muss ich sagen, das war von 1996 bis 2002, bis zum Priesterseminar. Da habe ich natürlich so eine Zeit erlebt, wo es sehr wenige Priester gab. Das heißt, also wir hatten einen Priester, der kam aus München, Vater Georg Seide. Der kam nur einmal im Monat und konnte auch kein Russisch sprechen. Das heißt, er sprach sehr, sehr, also sehr schlecht Russisch. Und dann kam eine Zeit, so zwischen 1999 bis 2002 ungefähr. Da hatten wir in der Diözese so eine Zeit, wo, weil es keine eigenen Priester gab, wurden Priester sozusagen eingeladen für drei bis sechs Monate in die Diözese. Die haben hier zelebriert, haben so ein Visum bekommen für diese Zeit. Und dann mussten sie wieder zurück in die eigene Diözese. Und deshalb sah man, dass es einfach sehr wenige Priester gibt. Und jeder Priester, der hier war, hatte natürlich auch zwei, drei, manchmal auch vier Gemeinden. Und jetzt ist die Situation natürlich besser. Aber trotzdem, ich denke, es ist immer so, wenn ein Priester anfängt, irgendwo zu wirken, da wird auch irgendwie eine Gemeinde wachsen. Das heißt, und wir haben jetzt viele Priester in Deutschland. Wir hatten jetzt vor einem halben Jahr ein Priesterseminar der zwei Diözese, des Mordkopf-Patriarchats und der russischen Auslandskirche. Und da waren ungefähr 150 oder 140, 160, ich weiß nicht mehr, Priester da von zwei Diözesen. Und man merkt natürlich, dass es uns sehr viel gibt in Deutschland. Aber trotzdem, man sieht auch heutzutage, dass sehr viele Priester alleine in der Gemeinde sind. Und manchmal kommen also so viele Menschen. Und wenn man auch die Beichte annehmen will oder wird, dann kann man den Menschen nur ein paar Minuten Zeit irgendwie geben. Das heißt, wenn es mehr Priester werden, also zwei oder drei Priester in der Gemeinde, haben die auch mehr Zeit, sich mit den Leuten zu befassen. Das heißt, auch die Leute tiefer in den Glauben einzuführen. Das heißt, es gibt ja sehr viele Leute heute, die halt den Glauben sehr oberflächlich begreifen. Das heißt, sie wissen vielleicht irgendwelche Sachen, aber das meiste ist für sie unbekannt. Und der Priester als Vorsteher der Gemeinde, der ist halt sehr beschäftigt mit verschiedenen Sachen. Das heißt, er hat natürlich Zeit für die Leute, aber wenn es mehr Priester wären, wäre es halt noch vertieft irgendwie. In den meisten großen Städten gibt es mittlerweile orthodoxe Gemeinden, aber wahrscheinlich nicht in allen kleinen Städten. Bad Gesingen ist ja auch nicht so groß. Und trotzdem gibt es da eine Gemeinde, weil es einen Priester gibt oder weil es eine Kirche gibt? Ja, in Bad Gesingen haben wir sozusagen das Glück, dass wir eine historische Kirche haben. Von 1898 war die erste Grundständlegung, 1901 ist sie dann fertig erbaut. Das heißt, momentan ist sie 123 Jahre alt. Und es gab natürlich auch Zeiten, wo es keinen Priester gab in Bad Gesingen, überhaupt keinen. Und es gab da aber auch keine Gläubigen. Das heißt, mit dem Dasein eines Priesters wächst auch die Gemeinde. Also ich kann mich noch erinnern, also die ersten vier Jahre musste ich aus München anreisen nach Bad Gesingen. Und meine Vorgänge, also meine Priester, die vor mir da waren, mussten halt auch aus verschiedenen Städten kommen. Das heißt, aus München, aus Landshut. Und die Gottesdienste der letzten fast 20, 30 Jahre waren so, dass jede zweite Woche Gottesdienst stattgefunden hat. Und wo ich dann Priester dort war, also es waren regelmäßige Gottesdienste. Und man hat auch gesehen, dass die Gemeinde langsam wächst. Und dann war auch die Anfrage der Gemeinde, der Gemeindemitglieder an den Bischof, auch für diese Gemeinde einen eigenen Priester auch sozusagen zu geben. Und das war dann, also 2015, vier Jahre, nachdem ich schon Priester war. Und diesen Unterschied hat man natürlich gemerkt. Also das heißt, wenn jede Woche Gottesdienste waren, wenn alle Feiertage mit Gottesdiensten zelebriert wurden, wenn der Priester unter der Woche, wie es bis jetzt auch ist, also Gespräche führt mit Leuten auch vor der Taufe, vor der Eheschließung, einfach, wenn die Probleme haben, ist der Priester immer da. Also das heißt, ich lebe nicht in der, also bei der Kirche, aber man macht immer einen Termin aus und dann kann man immer eine Zeit für die Leute finden. Und also die letzten 13 Jahre, also im August werden es 13 Jahre, war ich als einziger Priester in der Gemeinde. Und jetzt seit Februar, seit zwei Monaten, haben wir einen zweiten Priester. Schön. Der ist auch aus eurer Gemeinde geboren? Genau, der ist geboren aus unserer Gemeinde sozusagen. Der war die letzten, also 22 Jahre in der Gemeinde, war auch Kirchenältester zu einer Zeit und hat im Chor gesungen, im Altar gedient. Und so hat er dann auch das Priesterseminar abgeschlossen in Kiew, also extern und wurde dann zum Diakon geweiht und dann jetzt im Februar zum Priester. Ich habe noch eine Frage zu dem Studium, weil das ja doch ein wichtiger Schritt ist auf dem Weg zum Priestertum. Du hast ja in Sergeyev Posat an der Moskauer Geistlichen Akademie nicht Theologie studiert, aber du hast bestimmt beobachtet, wie dort das Theologiestudium abgelaufen ist. Welche Unterschiede gab es in dem Leben der Studenten im Vergleich zu Jordanville? Also es gab einen sehr großen Unterschied. Aber ich kann nicht sagen, dass die eine Art des Studiums oder die andere Art besser oder schlechter ist. Das heißt, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil in Jordanville waren wir, also alle Klassen zusammen, ungefähr 35 Studenten, das heißt in verschiedenen Klassen. Das heißt, das ganze Priesterseminar bestand aus 35, 40 Studenten. Und in Sergeyev Posat waren es halt 500 oder 400, also im Priesterseminar waren es, glaube ich, 500 oder 400. In der Akademie waren es auch an die 200 oder mehr. In dem, wo die Chorleiterin, also die Mädchen, ein paar Jungs waren dann auch dabei, waren auch ungefähr 120 und in der Ikonenschule waren es halt auch ungefähr 100, 120 Studenten. Das heißt, es war eine sehr große Familie von Studenten. Und das war natürlich auch eine andere Erfahrung, weil im Priesterseminar in Jordanville hatte jeder ein eigenes Zimmer. Das heißt, ein kleines Zimmer, aber trotzdem ein eigenes. Das heißt, da gab es einen Tisch, ein Bett, so einen Schrank und ja, nicht mehr. Aber man konnte immer eigenständig beten, eigenständig Hausaufgaben machen, was lesen. Das war halt so eine Art des Studiums, des Gebets und auch der, wo man sich zurückziehen konnte. Und der große Unterschied in Sergiuv Passat war, zu meiner Zeit, jetzt ist es schon anders, also muss man betonen, jetzt ist es schon viel besser. Und damals war es so, dass die Studenten, also vom Priesterseminar liebten, glaube ich, also zehn Leute oder 14 Leute in einem Zimmer. Mit jedem Kurs waren es, glaube ich, immer weniger. Also das heißt, die Anzahl der Studenten in einem Zimmer in der Akademie haben die zu zweit gewohnt. Das war sehr schick zum Vergleich zu 14 Leuten. Und wir in der Ikonenschule, also das war, das heißt, alle Jungs, das waren an die 50 Leute, haben sozusagen in einem Zimmer gewohnt. Das war die Wand sozusagen, das war eine große, also die Umrandung, also ein großer Korridor sozusagen. Und alle Kurse haben dann dort aufgewohnt. Das heißt, am Ende dieses Zimmers war eine Wand. Und der erste Kurs war am Anfang. Dann war der zweite Kurs, also mit Betten und so kleinen Schränken. Dann war der dritte Kurs, der vierte und der fünfte. Und dann war die Wand. Das heißt, durch den ersten Kurs sind alle durchgegangen. Durch den zweiten weniger. Durch den dritten, man ist immer, mit jedem Jahr ist man dann immer vorgerückt. Und wenn man dann im dritten oder vierten Jahr war, dann war es viel ruhiger, weil einfach weniger Leute einfach an deinem Bett durchgelaufen sind. Das war natürlich für mich auch ein großer Unterschied, wenn du vier Jahre alleine lebst in einem Zimmer und dann auf einmal sind es halt vierzig Leute oder fünfzig. Und dann muss man natürlich auch sozusagen Geduld ausüben und einfach lernen, dass jemand betet, der andere schaut einen Film, der andere redet, der andere läuft dadurch. Und dann hat man natürlich auch versucht, sich irgendwo zurückzuziehen. Das war nur möglich im Spaziergang. Das heißt, beim Spazieren war es möglich, irgendwie so allein in den Park zu gehen oder irgendwo hin. Aber jetzt ist die Situation anders. Jetzt hat man dort ein großes Studentenwohnheim gebaut auf der Fläche der Lavra. Und jetzt leben die Studenten, ich denke, also in den ersten Kursen vier Leute zusammen. Und wenn sie höher steigen in den Kursen, dann werden es auch weniger Leute in einem Zimmer. Das heißt, jetzt ist es sehr angenehm. Ja, im Vergleich dazu. Ja, ich habe auch in so einer Wand, ich glaube, im dritten Kurs gelebt. Nebenan war noch ein Kurs, wo sie einen Singunterricht hatten. Und da war ein Klavier, da kamen die Leute und haben ihre Stimme eingestellt. Das waren natürlich immer solche verschiedenen Töne. Das war natürlich, also, aber man gewöhnt sich daran. Also, ich denke, das war auch eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Das heißt, wenn ich nur die Erfahrung dieses Kleines Klosters und dieses Kleines Priesterseminars hätte, hätte ich sozusagen eine einsichtige Sicht auf das Priesterseminar und auch das Studium. Und wie ich sagte, das Jordanville ist sozusagen das Herz der russischen Auslandskirche und die heilige Sergius Lavra, die Akademie, ist sozusagen das Herz der russischen Kirche in Russland. Und deshalb hatte ich das Glück und den Gottes Segen, auch sozusagen in diesen zwei Zentren und diesen zwei Herzen der russischen Kirche zu sein. Und ich bin natürlich Gott dankbar dafür, für diese Erfahrung. Also, das ist wirklich eine... Und ich muss sagen, also, wir haben dort gewohnt, in dieser Wand, das waren sehr viele Leute. Aber trotzdem, das war so eine schöne Zeit. Man erinnert sich immer mit sehr großer Freude an die Zeit. Also, weil, ja, es ist schwierig vielleicht, in so einem Zimmer, in so einer Wand zu leben. Aber man hat auch sehr viele Mitstudenten, mit denen man sehr gut befreundet ist. Und deshalb ist es eine große Gemeinschaft aus Leuten, die wo irgendwie natürlich verschieden sind, aber trotzdem im Geistlichen irgendwo sehr nahe sind zueinander. Haben sich da auch Freundschaften gebildet, die bis jetzt bestehen? Ja, also, bis jetzt. In beiden Seminaren? In beiden Seminaren, ja. Du bist ja Priester bei der russischen Auslandskirche. Warum hast du dich gerade für diese Jurisdiktion entschieden? Ja, als ich nach Deutschland kam, also mit neun Jahren, wusste ich zuerst nicht, dass es in Deutschland überhaupt eine orthodoxe Kirche gab. Das heißt, unsere Familie war auch nicht so kirchlich. Das heißt, ich war getauft und meine Eltern auch, aber irgendwie sind wir, wie es üblich war, also zu großen Feiertagen in Russland in die Kirche gegangen und nicht mehr. Und wo wir dann in Deutschland waren, also bin ich da in die Schule in Ingolstadt gegangen und dann wussten wir gar nicht, dass es irgendwo in der näheren Umgebung auch eine orthodoxe Kirche gibt. Und dann nach vier Jahren, also ungefähr 1996, habe ich dann erfahren, also meine Eltern haben erfahren, dass es in Deutschland eine orthodoxe Kirche gab, weil meine Mutter, die war also russisch, das heißt auch orthodox. Und mein Vater war russlanddeutsch und der war also katholisch damals. Jetzt ist er auch schon orthodox, aber zu der Zeit war er noch katholisch. Und dann ist meine Mutter dorthin und dann hat sie dann auch erzählt, dass es da eine orthodoxe Gemeinde gibt, natürlich keine Kirche, als er baute Kirche, aber eine Gemeinde. Und am nächsten Tag, also am nächsten Mal bin ich einfach mitgefahren. Und ich muss sagen, das war auch sozusagen irgendwo mein Kontakt sozusagen mit Gott, weil ich war, also ich hatte immer so einen inneren Glauben und habe auch Gott gesucht, im Gebet und irgendwie so. Also, aber mit der Schule, wir sind ja natürlich dann vor dem Schuljahr und nach dem Schuljahr auch in die katholische Kirche gegangen mit der Schule. Und ich konnte auch früher, also bis ich die orthodoxe Kirche gefunden habe, also auch mal in die Kirche gehen und einfach mal so in der Stille beten. Aber trotzdem habe ich da empfunden, dass es irgendwie, ja, irgendwie kalt ist oder irgendwie leer ist. Das heißt, ich habe es gesucht, aber habe das irgendwie auch nicht ganz gefunden, das, was ich gesucht habe. Ich wusste gar nicht, was ich suchte damals. Das heißt, ich konnte es irgendwie nicht als konkret bezeichnen. Und damals, wo meine Mutter dann das erste Mal diese orthodoxe Gemeinde gefunden hat, und bin ich dann mitgekommen. Und wo ich dann in der Kirche war, habe ich gemerkt, dass es sozusagen das ist, was ich gesucht habe. Dass ich jetzt zu Hause bin. Irgendwie so ein inneres Gefühl, dass ich jetzt zu Hause bin. Aber die Gemeinde war damals sehr, sehr, also sehr, sehr einfach gebaut. Das heißt, es war ein Gebäude. Also früher war das auch ein Lager für Munition. Das heißt, das sind fünf Meter Wände so. Ich durfte ja so Nischen. Und die Gemeinde wurde nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen gegründet. Und alles, was dort war, war natürlich aus Hand gemacht und war schon 50, 60 Jahre alt. Das heißt, es war keine Renovierung, nichts. Das war sehr einfache Ikonostase, sehr einfache Ikonen. Also ganz, ganz einfach. Jetzt ist sie natürlich sehr renoviert und alles ganz anders. Aber damals war es für mich wichtig, also nicht diese Schönheit, sage ich jetzt mal, von außen, die mich fasziniert hat. Sondern diese Einfachheit und diese, also der Heilige Geist, der auch in dieser einfachen Kirche, in der einfachen Ikonostase ist. Das heißt, das hat mich berührt damals, ja. Und ja, deshalb war das für mich dann auch sozusagen mein Start in das kirchliche Leben. Damals war Priester Georgi Seide, der Priester dort. Und der hat mich dann, glaube ich, im zweiten Mal, glaube ich, gleich ins Altar eingeladen. Und dann waren da so Jungs, die aus der rumänischen Kirche waren, also der rumänischen Kirche waren, die hatten keine eigene Gemeinde dort. Und die waren sehr fromm. Also die waren sehr, also von Kind auf gläubig. Und ich war damals 14, 13, 14 so ungefähr. Und die haben mir auch viel beigebracht und auch sozusagen auch irgendwie so eine Einstellung auch übergeben, so eine Frömmigkeit irgendwie einfach zur Orthodoxie, zum Gottesdienst. Und ja, und dann, wo ich dann Altar-Diener war, kam mit der Zeit immer mehr dieser Wunsch auch zum Priester zu werden. Aber zuerst ganz wenig, also mit der Zeit wurde es dann mehr auch irgendwie. Hat sich dieser Wunsch von sich aus gebildet oder hat dich der Priester gesehen, aus dem könnte was werden und ich... Von sich aus. Also der Priester, also wir haben uns damals mit ihm sehr gut verstanden, aber er hat mich irgendwie nicht besonders viel irgendwie Acht gegeben oder so. Also ich habe ihm geholfen und das war halt nur, also nur im kirchlichen Leben. Dann war diese Zeit, wo diese verschiedenen Priester in die Diözese eingeladen wurden. Da wurden, glaube ich, in zwei oder drei Jahren haben sich ungefähr, also zwölf, vierzehn Priester gewechselt in unserer Gemeinde. Also das war wirklich so, also es war eine Routine. Und für mich war das auch wichtig. Also für die Gemeinde war es natürlich schwierig, dass jede zwei, drei Wochen oder jeden Monat ein anderer Priester kommt. Und für mich war es wichtig, verschiedene Priester zu sehen, mit ihnen zu reden und auch verschiedene, also die sind ja alle anders. Also alle sind Priester, aber trotzdem sind sie eigentlich alle verschieden. Und deshalb war das für mich auch eine wichtige Beobachtung, den Priester von der Seite zu beobachten. Also der eine ist so, der andere ist so, der andere ist ganz anders. Aber trotzdem sind alle Priester und alle haben irgendwie so einen Weg. Und nach dieser Zeit, wo sich die Priester sehr, sehr gewechselt haben, kam 2002, also zwei Jahre vor dem Priesterseminar, ein Priester aus Sergur Passat, also der hat das Priesterseminar, die Akademie abgeschlossen, hat dann geheiratet, hatte drei Kinder und ist als junger Priester zu uns in die Gemeinde gekommen. Und er hat natürlich mir diesen, sozusagen diesen Schwung mitgegeben, also doch, also diesen Weg zu gehen. Also das heißt, er hat mir viel, viel erklärt. Und wir haben uns, er hatte damals kein Auto, er hatte damals schon einen Führerschein mit ihm, also er musste in verschiedenen Gemeinden zelebrieren. Wir sind da immer dorthin gereist mit zusammen, haben ihn immer im Auto unterhalten, das heißt über den Glauben, über die Priesterseminar. Ich habe also von ihm sehr, sehr viel erfahren. Und, also ich würde sagen, der gab mir auch diesen, diesen letztendlichen Schubs, sozusagen, damit ich dann, also diesen Weg auch irgendwie sicher gehe. Ja, also ich denke schon. Also letztlich, dass du bei der Auslandskirche jetzt bist, das ist Zufall oder Fügung gewesen, aber das war nicht deine bewusste Wahl. Genau, das war nicht meine bewusste Wahl, das heißt, die Gemeinde, die dort war, die gehörte der russischen Auslandskirche. Gibt es etwas, was die Gemeinden der Auslandskirche in Deutschland von den Gemeinden anderer Jurisdiktionen unterscheidet? Ja, ich denke, jede Diözese hat ein bisschen einen eigenen Stil, sozusagen, ja, aber im Großen und Ganzen sind alle gleich, also ich merke da keinen großen Unterschied. Das heißt, ich bin jetzt Priester in der Auslandskirche, um mich herum, ringsherum sind Gemeinden des Moskau-Patriarchats. Und wir verschieben uns, also mit allen sehr gut, mit allen Priestern, also sind sehr befreundet, also besuchen sich gegenseitig zu verschiedenen Festen. Und also auch, da waren auch verschiedene Priester, das heißt, also da ist Schweinfurt in der Nähe, Bischofsheim, Coburg, Fulda. Und also mit allen sind wir irgendwie im guten Kontakt, auch wenn wir in verschiedenen Diözese sind, also. Aber ich denke, diese Schule, also die Auslandskirche und Sirgiv Passat hat mir auch eine wichtige Erfahrung gegeben, sich nicht in der Jurisdiktion einzuschließen. Das heißt, es gibt aber auch viele Priester, die sich so einschließen und sagen, also jetzt sind wir, wir sind ja Auslandskirche oder wir sind Moskau-Patriarchat oder wir sind noch irgendwer. Und wir müssen ja irgendwie nur da sein und die anderen sind irgendwie, also, es ist natürlich schon besser. Aber nach der Vereinigung gab es eine Zeit, wo es noch schwierig war. Das heißt, verschiedene Diözesen oder verschiedene Priester, vor allem ältere Priester, konnten das irgendwie nicht gleich, diese Vereinigung irgendwie sanft durchleben, würde ich mal sagen. Ja, aber für mich war das von Anfang an wichtig, dass die russische Kirche ein Organismus wird. Und deshalb habe ich auch dann alles daran gelegt, auch das in meiner Gemeinde und in den Gemeinden, die außenrum sind, auch zu leben so, also mit ihnen. Es gibt einen visuellen Unterschied. Ich in der Diözese des Moskau-Patriarchats bin mit meinem relativ langen, für unsere Diözese relativ langen Bart und besonders langen Haaren eigentlich eine große Ausnahme. Also ich bin so einer von fünf Prozent, die lange Haare haben. Und wenn man bei euch in der Diözese, sind, glaube ich, alle mit einem sehr großen Bart und langen Haaren, wenn sie unsere Diözesen treffen, du hast gesagt, 130, 140 Priester zusammen. Aber man kann sofort am Bart und an den Haaren erkennen, wer zu der Diözese des Patriarchats gehört und wer zu der Auslandskirche. Ist das irgendeine Vorgabe des Metropoliten, dass man sich nicht die Haare schneiden darf? Ja, das ist sozusagen unsere Tradition. Und jeder Priester, auch der Diakon und der Priester, bevor er zum Priester geweiht wird, unterzeichnet auch ein Dokument, wo es, also es ist nicht verboten, aber man rät vom Außen die Tradition des orthodoxen Priesters zu pflegen. Das heißt, den Bart auch zu haben und die Haare möglichst nicht zu schneiden. Also es ist aber auch keine strenge Vorgabe. Das heißt, es ist so ein Rat sozusagen. Aber der ist richtig auf Papier, bevor man geweiht wird? Genau, ja, der ist auf Papier, ja. Und man, ja, das sind auch verschiedene andere Sachen, die dort aufgeführt sind. Das ist sozusagen der letzte Punkt. Das sind viel wichtigerer Sachen dort, also der Gehorsam des Priesters zum Bischof und verschiedene Sachen, die halt der Priester ausüben muss als Priester. Und dann als letzter Punkt steht halt auch, dass ein äußeres auch der Tradition der orthodoxen Priester sozusagen, ja, nahe liegt. Gibt es aber trotzdem bei euch Priester, die kurze Haare haben? Kurze Werte und kurze Haare gibt es schon. Also man muss sagen, nach der Vereinigung wurde es mehr. Das heißt, vor der Vereinigung bis 2007 war das sozusagen, hat man auf solche Priester so komisch geschaut. Und beschorene. Und nach der Vereinigung, ja, ist es halt mehr geworden. Ich weiß nicht, ob bei uns mehr Priester geworden sind mit langen Haaren. Ob man sich ausgetauscht hat. Die Haare. Ja, und wirst du, also, du bist ja noch ein junger Mann. Und ja, jetzt vor zehn Jahren, als du geweiht wurdest, warst du ja noch, oder, also, du hast ja vor 13 Jahren geweiht. Aber dann vor zehn Jahren zum Beispiel warst du ja noch ein jüngerer Mann. Aber hast du damals schon lange Bart und lange Haare? Wurdest du da nicht so ein bisschen komisch angeguckt, draußen auf der Straße? Ja, der Bart war am Anfang nicht noch ganz so lang. Mit der Zeit wurde er ein bisschen länger. Aber, also, die Haare waren gleich lang, schon im Priester-Seminar schon. Und der Bart wurde mit der Zeit immer länger. Aber ich würde nicht sagen, dass ich da komisch angeschaut wurde. Also, nach einiger Zeit kam dieser Trend, dass der Bart trennt. Und dann bin ich gar nicht aufgefallen. Ja, das stimmt. Also, wenn man vor 15 Jahren noch lange Haare und einen Bart hatte, da sagte man über die orthodoxen Priester, sie sehen exotisch aus mit diesem langen Bart und langen Haaren. Aber mittlerweile, das weiß ich auch, viele junge Männer haben ja einen Bart bekommen. Und, ich meine, die Leute sehen ja sowieso ganz, ganz, ganz verschieden aus. Ja, 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 genau. Ja, dann mal etwas anderes. Du bist ja in eurer Diözese für die Jugendarbeit verantwortlich. Hat jeder Priester neben seiner Gemeinde noch irgendwie andere Aufgaben? Nicht jeder Priester, nein. Aber neben der Jugendarbeit gibt es auch bestimmte Verantwortungsbereiche von Priestern? Ja, also, es gibt zum Beispiel das Gericht, also das geistliche Gericht, das Diözese-Gericht. Also, da sind einige Priester dabei. Es gibt einige, die, ja, sozusagen in der Jugendarbeit irgendwie sich beteiligt sind. Aber sonst gibt es eigentlich nicht großartige Aufgaben neben der Gemeinde. Also, natürlich kann irgendwer in den Boten dabei sein. Das heißt, in der Geöziösen-Zeitschrift, der da mitmacht. Aber das sind ganz wenige, also, sozusagen. Die meisten haben nur eine Gemeinde oder zwei Gemeinden oder drei. Und haben keine, also, Aufgaben zusätzlich noch. Also, 2011 wurdest du geweiht, warst junger Priester. Mittlerweile sind einige Jahre vergangen. Du bist recht bekannt in der Diözese durch die Jugendarbeit. Du bist Gemeindevorsteher einer historischen Kirche. Hast mittlerweile, dir unterstehen mittlerweile, ein Priester und drei Diakone. Würdest du sagen, dass du in der Kirche Karriere gemacht hast? Also, ich würde es nicht so bezeichnen. Das ist als Karriere zu bezeichnen. Also, meine Aufgabe war immer, der Kirche zu dienen. Das heißt, und in jeder Art und Weise, wie Gott oder auch die Diöziösenleitung es für mich irgendwie so angesehen hätte. Weil, wo ich zum Beispiel das Priesterseminar abgeschlossen habe, oder auch das Seminar in Sirgif Passat, die Kundenschule, da, also, wenn man ins Priesterseminar geht und anfängt zu studieren, dann denkt man, man weiß alles. Also, man hat irgendwelche so Gespräche über die Dogmatik und alles. Und wenn man schon am Schluss ist, dann versteht man, dass man nichts weiß und irgendwie komplett nur ein kleines, sozusagen, Fenster geöffnet würde, um die Tiefe und auch die Größe der Orthodoxie zu sehen. Und deshalb war ich am Ende des, also nach dem Priesterseminar und nach der Ikonenschule, also habe ich nichts unternommen, um Priester zu werden. Das heißt, ich habe abgewartet und habe geschaut, was dann passiert war. Ich habe sogar überlegt, noch ein paar Jahre als Ikonenmaler zu dienen. Das heißt, nicht gleich zum Priester zu werden. Das heißt, also, deshalb war mein Gedanke und meine Einstellung, Gott und der Kirche so zu dienen, wie Gott es für mich vorgesehen hat. Das heißt, ich bin jetzt nicht, also, habe da irgendwie das Priestertum sozusagen nicht gesucht. Das heißt, ich habe studiert und habe das gelernt, aber habe das jetzt irgendwie nicht direkt gesucht. Deshalb wollte ich sogar, also, zwei, drei, vier Jahre nach der Ikonenschule, wo wir schon verheiratet waren, mich mit der Ikonenmalerei befassen. Und nur das auszuüben und dann das Priestertum, ja, vielleicht irgendwann mal so. Ja, und dann habe ich auch so gebetet, damit Gott mir auch so eine Antwort gibt sozusagen. Das heißt, meine Einstellung war so, was Gott für mich vorbereitet hat. Und dann hat mich der Bischof selber angesprochen und hat gesagt, also, welche Pläne hast du? Habe ich gesagt, also, ja, ich wollte halt noch zwei Jahre studieren. Sagt er, nein, es ist genug, komm zurück. Und dann kam halt die Diakon-Zweihe und die Priesterweihe. Deshalb, also, war es nie mein Ziel sozusagen, irgendwelche Aufgaben zu übernehmen. Oder sozusagen, oder, also, wie du gesagt hast, diese Karriere zu machen. Das heißt, ich habe das angenommen, was Gott durch den Bischof mir gegeben hat, sozusagen, ja. Aber ist es richtig, oder darf man sich als Priester irgendwelche Ziele in seinen Beruf setzen? Zu sagen, ja, ich möchte das und das erreichen? Also, ich würde sagen, dass, wenn es sozusagen sein Leben oder seine Karriere anbelangt, dann würde ich sagen, das wäre falsch. Also, wenn man sagt, also, jetzt will der Priester in dieser Gemeinde dienen oder will das und das erreichen. Das heißt, er muss das geistliche Wohl der Gläubigen erreichen. Das ist sein wichtigster Ziel. Und wo er steht, das heißt, in welcher Gemeinde er ist oder welche Tätigkeiten sozusagen er ausübt, das ist zweirangig. Das heißt, das Wichtigste ist in seinem Priestertum die Sorge um die Seele des Menschen. Und wenn der Priester Priester wird, um etwas zu erreichen, um etwas, irgendwelche Ziele zu erreichen, das heißt, also so karrierische Ziele, dann würde ich sagen, ist er am falschen Ort. Und wenn er mit Demut, mit Gebet sein Priestertum ausübt und wirklich das als erstes Ziel sich ansetzt, die Sorge um die Seele, dann wird Gott ihn auch irgendwie führen, diesen Priester, und ihm das geben, was Gott für richtig hält. Sind das Priestertum ein entspannter Beruf oder muss man Leistung erbringen? Also in Russland früher, also zur Zeit der 90er so, hat man immer gesagt, wenn der Student im Priesterseminar nicht im Militär war, dann ist er auch für das Priesterseminar nicht geeignet. Denn durch das Militär wurde man zu einem starken Mann sozusagen und in der Priestertur muss man auch stark sein, um verschiedene körperliche und geistige Tätigkeiten auszuüben. Das heißt, man, denn das Priestertum ist natürlich eine sehr große, also, ja, sehr große Aufgabe, auch körperlich und geistig sozusagen. Also, die Gottesdienste, also, es gibt ja auch verschiedene Sachen, also, die man, das heißt, man muss doch irgendwie, also, was aushalten können, sozusagen, ja. Und, ja. Gibt es Priester, die das Ganze entspannter angehen? Gibt es schon, ja. Ja. Die haben eine Gemeinde und zelebrieren da ihre paar Gottesdienste und dann, ja, also haben irgendwie eine andere Einstellung. Und so seelisch, moralisch ist das schwierig. Du bist ja als Priester auch mit sehr vielen Problemen und teilweise mit viel Leid konfrontiert. Du hast in den Beichten die Sünden der Menschen. Teilweise, sag mal, jemand ist fremdgegangen und es kann sein, dass außer ihm und der Person, mit der er fremdgegangen ist, du der Einzige bist ja, das weißt, aber du kennst natürlich die Familie gleichzeitig oder Menschen werden krank, sterben. Du bist dann bei den Beerdigungen dabei, erlebst Scheidungen. Also, wenn Menschen grundsätzlich ja nicht selbst weiter wissen, kommen sie ja zum Priester. Ist das belastend für dich? Natürlich gibt es Situationen, die manchmal sehr belasten, ja. Zum Beispiel, wenn man sieht, wie Kinder krank sind, wie Kinder sterben. Wenn man eine Beerdigung von einem alten Menschen hat, dann ist das halt eine Sache. Wenn man einen jungen Menschen beerdigt, wo die Familie hinterblieben ist, wo viele Angehörige komplett, also sprachlos und sehr, also sehr schwierig für die. Deshalb sind es natürlich, ja, oft Situationen, die sehr schwierig sind. Aber man versteht, dass der Priester also nicht selbst handelt und nicht von sich aus handelt. Das heißt, er ist in Christus und durch das Gebet, durch sein geistliches Leben versucht er natürlich, dass Christus sozusagen sein Zentrum wird. Und wenn er die Beichte annimmt, versucht er immer daran zu denken, dass die Beichte nicht dem Priester sozusagen gesagt wird, sondern Gott. Und der Priester ist halt nur da, um die kranke Seele oder die sündige Seele mit Gott zu vereinigen. Und wenn er das so versteht, dann wird es für ihn auch leichter, dass er nicht eher diese Sünde annimmt oder eher diese Probleme annimmt, sondern dass er diese Probleme an Gott im Gebet weiterleitet. Und Gott gibt halt irgendwie auch eine Hilfe und eine Antwort und eine Unterstützung für die Menschen und natürlich auch für die Priester. Und natürlich gibt es Probleme oder wie gesagt, also wenn man Kranke besucht, dann natürlich ist es so, dass es irgendwie einen berührt. Und ja, es wäre natürlich auch, denke ich jetzt mal, für den Priester, wenn es ihn nicht berührt, dann ist er wahrscheinlich, ja, ein bisschen, ja, irgendwie, weil die Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, in der Krankheit, in der Krankheit, in der Beerdigung, im Sündenfall, die wollen vom Priester natürlich, ja, Unterstützung, Liebe. Und der Priester sollte natürlich auch eine Kraft, den Gefallen geben und denen, die halt, wenn es jetzt schwer geht durch Krankheit oder wenn sie einen Menschen verlieren im Leben, dass er ihnen auch ein, sozusagen ein Wegweiser ist, damit sie auch weitergehen können, damit sie auch eine Hoffnung haben und auch eine, eine sozusagen, dass sie wissen, dass Gott sie liebt und für jeden einen eigenen Weg sozusagen vorbereitet hat. Also deshalb, ja, und es ist manchmal schwierig, aber trotzdem, denke ich, das Wichtigste in jeder Situation, ob man beim Kranken ist, ob man in der Beerdigung ist oder ob man eine Beichte annimmt mit Problemen, das Wichtigste ist natürlich das Gebet. Denn durch das Gebet versteht der Priester, dass seine wichtigste Aufgabe ist, sozusagen, diese Verbindung zwischen Gott und Mensch zu sein und von Gott den Segen und die Kraft Gottes den Leuten zu überliefern und sozusagen die Sorgen und die Probleme der Leute sozusagen Gott zu übergeben, ja. Gab es Situationen, mit denen du nicht klargekommen bist, alleine, oder die dich deprimiert haben? Ja, ich hatte das Glück, dass ich die ersten vier Jahre in der, also ich war Vorstehender in Bad Kissingen, aber ich habe trotzdem in der Kathedralkirche zelebriert. Und da waren sehr, sehr gute und sehr erfahrene Priester, wie Vater Nikolaj Artemov und Vater Andrei Beresowski und natürlich Metropolit Mark. Und in erster Linie, wo man als junger Priester mit solchen Sachen konfrontiert wird, dann fragt man natürlich nach, also wie geht man vor? Und deshalb war es für mich natürlich auch eine sehr große Unterstützung, dass ich als Priester noch diese vier Jahre dort dienen konnte. Und in verschiedenen schwierigen Situationen habe ich natürlich die älteren und die erfahrenen Priester gefragt, was macht man da oder wie geht man da vor? Ja, das war ja. Kcheck K49 K 9 Vielen Dank.